Hallo und Willkommen zurück zu Elden Ring, wir machen mal unsere Story weiter und gehen hier zum Baum, zum brennenden Baum. Und ich muss vielleicht erst noch sagen, ich glaube ich habe gegen diesen noch gar nie gekämpft. Es ist eine lange Zeit, Morgoth. Lange und schwerst du kämpfst, Tarnished warrior, Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, The first Elden Lord. WIWE WIWE WIPE GIB WIWE WIPE WIPE Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, es ist tatsächlich schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Aber darf es ja zwischendurch auch geben. So, 25. Ja, und dort oben ist nicht der allerletzte Boss, aber wenn wir noch nicht hervon her dürfen wir noch uns mit der Marlenia auseinandersetzen. So. So. Ja, da würde ich fast sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.